Ein Bruder fragt, er hat eine höhere 5-stellige Summe, Haram-Geld, wie kann er das Geld loswerden? Eine höhere 5-stellige Summe heißt? Okay, fragt er einfach so oder ist das wirklich akut? Spenden! Sag ihm, er soll sich bei DMG anmelden oder uns schreiben. Er soll sich bei uns melden und dann können wir ihm sagen, wo er das Geld richtig reintun kann. Der Bruder, der gerade die Frage gestellt hat mit dieser 5-stelligen Summe, er soll sich bei DMG melden. Wir haben eine WhatsApp-Nummer, wir haben eine Seite, Instagram, Facebook, egal wo. Facebook sind wir nicht, oder? Nee, Facebook nicht. Aber Instagram und... Warum sind wir nicht mehr? Facebook. Okay, inshallah. Ist aus. Ich nehme von gestern. Okay. Also, der Bruder soll sich bei uns melden und wir sagen ihm, wie er das Geld, inshallah, benutzen kann. Der Bruder, der Bauch des Geistes des Gottes, die bestcenten uns, in Kraft! Vielen Dank.